Hallo zusammen! Wir machen das Bauch- und Stabilitäts-Training. Es sind fünf Übungen. Das Training geht knapp 10 Minuten. Eignet sich super für Zwischenturen. Oder nach einem züchtigen Trainingszeit helfen. Heute zum Beispiel nach dem Jungen. Die fünf Übungen sind Leg Raises, Crunches, Hip Bridge und Side Plank. Ihr bestimmt, wie der Übung ist. Wenn ihr die Übung macht, könnt ihr immer die Schwierigkeit zurückfahren. Versucht sie aber bis zum Schluss auszuhalten. Wir arbeiten dann mit dem Timer. Wir machen immer eine Minute der Übung und drei Sekunden Pause in der Full Tank. Wir fahren wieder auf dem Rücken. Wir halten unsere Beine und gehen wieder hoch. Schaut, dass der Unterrücken immer schön auf dem Boden ist. Wenn das streng wird, fangen wir die Knie zu bügen. Und zwischendurch den Strich zu halten. Blevent. Wobei. Untertitelung. BR 2018 Und wir kommen gerade in die Plank. Und wir fangen an zu laufen mit den Füßen. Wenn das Schreien liegt mit den Knie am Boden, soll es schön hier oben bleiben. Und wir gehen wieder auf den Rücken. Die Knie sind ein, die Füßen ein, ich versen sie mit der Luft. Ich nehme die Schultern weg vom Boden. Und ich pulsiere hier ganz oben. Und ich ziehe den Buchnabel auch dich ein. Die Knie sind ein, ich versen sie mit der Luft. Und wir wachsen gerade wieder in die Plank. Und wir gehen jetzt mit den Armen auf. Und wir gehen jetzt mit den Füßen. 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 Und ich sitze jetzt mit den Füßen. Und ich lupfe meine Hüften. Und jetzt abwechslungsbeiss. Knie lupfen. Und wieder an den Boden. Knie lupfen. Und wieder an den Boden. Und die Hüfte muss immer schön drüber bleiben. Und die Hüfte muss immer schön drüber bleiben. Und wieder an den Boden. Und jetzt kommen wir wieder in die Plank. Und jetzt kommen wir mit den Fies aus in das Mal. Seine und wieder zurück. Seine und wieder zurück. Super, wir sind bei der letzten Übung angekommen. Jetzt kommen wir hier auf der einen Seite Side Leg. Wenn das klein wird, nehmen wir das Knie am Boden. Sonst bleiben wir hier oben. Schauen wir, dass wir schön gerade in Linien haben. Und die Hüchte hier aktiv hochziehen. Okay. Jetzt kommt das zweite Slide. So schnell wieder zurück. Und jetzt kommt das nächste Set. Und jetzt geht's. Hier kommt das Rally. Da kommt das Rally. Da kommt das Rally. Und jetzt geht's. Flasstraft, Ohren zurück in Blank, mit dem Flach, und dann auf der Mittelfüsse und Und der, nach einmal, ose, trock, ose, trock. Komm mit der Hand, ose, trock, ose, trock. Und wir kommen auf die andere Seite, in den Side Plank. Ach, das wird auch schon aktiv abziehen. Ein bisschen anspannen, vorausspannen. And we're going to go back. Und wir gehen noch das letzte Mal in die Plank. Noch einmal. Finde ich ansparen, Schulterblätter zusammenzuziehen. Das war's schon. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen gespürt. Bleiben wir da. Bitte sehr bis bald.